Der Nächste! Sehr, sehr freundlich. Wenn du mir dann folgen würdest... Hey, Banga! Ja, oh, oh! Ist das Wort anstellen etwas so schwer für euch zu verstehen, Kinder? Mach dich nicht so wichtig, Timon. Wir müssen mit Banga reden. Ähm, es heißt Banga der Weise. Oh, hallo Leute. Hab euch gar nicht gesehen. Kommt doch rein! Na gut, macht schnell. Wir haben eine Menge Kundschaft. Da will jeder drankommen. Okay, ich warte hier draußen. Banga, was ist hier los? Gibst du wirklich all diesen Tieren hier gute Ratschläge? Ganz recht. Was sagt Rafiki? Ich bin super klug. Hallo? Wisst ihr noch? Ich hatte die tolle Idee, wie man eine Überschwemmung verhindert. Naja, schon. Und dann, dann hatte ich noch eine bessere Idee. Ich teile meine Ideen mit allen. Ich kann jedem im Geweihtenland helfen, indem ich ihm sage, was er machen soll. Aua! Im Ernst, ja? Banga, du hast dem Geweihtenland schon geholfen. Du gehörst zu Garde der Löwen. Du bist der Mutigste des Geweihtenlandes. Und außerdem bin ich der Klügste. Es ist sehr schwierig, so begabt zu sein. Banga! Okay, okay. Die Zeit ist um. Die Kundschaft da draußen wird nicht von allein klüger. Danke, dass ihr da wart, Leute. Macht nächstes Mal einen Termin aus. Aua!